Das Leben verändert sich immer und Meinungen auch. Es war einmal ein Mädchen, das den Beruf der Ersten mochte. Sie war der Meinung, dass Krankenschwester nicht der richtige Beruf für sie wäre. Sie hatte immer den Eindruck, dass nur die Ersten Respekt bekommen. Ihrer Meinung nach arbeiten die Krankenschwester nichts Wichtiges. Sie telefonieren nur und machen Termine. Solche Dinge kann jeder machen. In einer Nacht hatte ihr Bruder einen Unfall. Er war verletzt und hatte blutende Verletzungen. Die ganze Familie wusste nicht, was sie tun sollte. Die Hausarztpraxis war geschlossen, das nächste Krankenhaus zu weit entfernt. Die Familie hatte kein Auto. Zum Glück war die Nachbarin der Familie eine Krankenschwester. Die Familie hatte die Schwester angerufen und nach ihrer Hilfe gefragt. Schnell möglich war die Nachbarin bei der Familie und versorgte den verletzten Bruder fachgerecht. Als das Mädchen sah, wie die Krankenschwester ihren Bruder gerettet hatte, änderte sie ihre Meinung. Auch die Krankenpflege war ein sehr wichtiger Beruf für die Gesellschaft. Sie wollte nun in der Zukunft eine Krankenschwester werden. Die Familie hat die Nachbarin bei der Familie. Die Familie hat die Nachbarin bei der Familie. Die Menschen. this psychiatre für dieellschaft Sch缺ler, bei der Gef freien Ereise roast.